Ein 33 Jahre alter Mann ist in der Nacht auf Samstag bei einem Verkehrsunfall auf der Schönbrunner Straße in Wien-Meidling ums Leben gekommen. Der Fußgänger war laut Polizeiangaben mit seiner Begleiterin auf der Straße vor der bekannten Diskothek U4 unterwegs, als er einen Schutzweg überqueren wollte. Laut ersten Ermittlungen sollen die Fußgänger bei Rotlicht über die Straße gegangen sein. Ein 73-jähriger PKW-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es kam zum tödlichen Zusammenstoß. Der 33-Jährige erlag noch an Ort und Stelle kurz nach drei seinen schweren Verletzungen. Die 24-jährige Frau wurde laut Polizeiangaben schwer verletzt. Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien versorgten das Unfallopfer notfallmedizinisch und brachten es in ein Spital. Der PKW-Lenker, der grünes Licht auf seiner Strecke statt einwärts hatte, blieb unverletzt.